Hier sehen wir die Vodafone-Mobil-TV-App auf einem Android-Tablet. In dieser App haben wir das Sky-Bundesliga-Paket verfügbar gemacht. Das heißt, man kann auf Tablets und auf Smartphones das Sky-Bundesliga-Paket buchen für 12,95 Euro pro Monat. In dieser App sind dann alle erste Bundesliga- und zweite Bundesliga-Spiele verfügbar. Das ist sozusagen genau das gleiche Programm, wie es auch in dem Sky-Bundesliga-Paket auf dem heimischen Fernseher zu sehen ist. Die App ist hier integriert. Was ganz schön ist, man hat halt noch ein paar weitere Funktionen auf dieser App. Neben dem ganz normalen Live-Bild hat man die Möglichkeit, sich die Bundesliga-Tabellen anzuschauen für die erste Bundesliga, für die zweite Bundesliga. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, sich die Spieltage anzuschauen mit den kommenden Partien. Die App funktioniert über WLAN als auch über Mobilfunk. Das ist gegenüber der derzeitigen Lösung von der Telekom noch ein Unterschied. Bei der Telekom funktioniert es derzeit nur über das Mobilfunknetz. Zudem haben wir die Möglichkeit, hier auf Android als auch auf iOS die Mobile-TV-App Sky-Bundesliga zu beziehen. Abschließend kann man noch sagen, das ist ein exklusives Produkt für Vodafone-Kunden mit Mobilfunkvertrag. Die App kostet 12,95 Euro und ist monatlich kündbar. Das heißt, das ist ein paar Minuten. Hm. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020